Herzlich Willkommen bei A La Frigo, der Kochshow von und mit Schor Spagner. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen bei A La Frigo, eine neue Ausgabe heute. Heute gibt es Spargel Cremesuppe. Was ist das? Das ist Spargel. Spargel, der quietschen soll, wenn er frisch ist. Das ist kein Billitzer Spargel hier aus Brandenburg, sondern ich glaube, der ist irgendwo aus Italien. Warum? Weil er viel billiger ist als das Zeug hier. Trotzdem frisch ist und vielleicht sogar schmecken könnte. Allerdings haben wir gesagt, wir machen gleich eine Suppe draus. Da kann nichts kaputt gehen. Wie machen wir das? Wir kochen den Spargel, schälen ihn natürlich vorher. Dann kochen wir ihn. Wenn er dann durchgekocht ist, dann heben wir natürlich das Wasser, das Spargelwasser auf und dann zerbrechen wir ihn jetzt natürlich. Aber dann würden wir ihn natürlich schneiden in Stücke. Die Stücke schmeißen wir dann wieder ins Wasser rein, kochen die auf und danach machen wir die Schalen, die wir den entnommen haben, dem Spargel. Das geschälte gut. Das wird dann der Suppe nochmal zugegeben. Würzen tun wir jetzt mit Salz, Pfeffer und hier haben wir einen Estragon und einen Kerbel. Estragon wollen wir sowieso in Zukunft ein bisschen stärker forcieren, weil dort wollen wir dann später mal zum Billitzer Spargel immer noch machen werden, dann eine Soße Bernays machen. Also wir wollen eine Extrem-Hollandaise haben, von daher Bernays oder vielleicht sogar eine Bernays-Bernays. Und dazu brauchen wir dann natürlich viel Estragon. Hier kommt noch ein ganz kleiner Aufpimper rein, nämlich ein bisschen was von unserem Sauvignon Blanc. 0,25 ein Viertel davon. Von der 0,25 ein bisschen reingeben reicht aus. Und bei Gelegenheit müssen wir nicht, ich mag es lieber ohne. Ist eine Möglichkeit ein bisschen Schmand dazu zu geben oder auch Schlagsahne. Dann werden wir das nochmal aufköcheln und dann haben wir hier unseren Bauernlaib dazu, wo wir dann ein Stückchen fein runterschneiden und das dann zusammen mit der Suppe verkosten. Das Ganze kann nicht länger dauern als 35 Minuten. Schauen wir mal, wie das wird.